ARD Text im Auftrag von Funk Hier sind wir auch wieder So... Gott, das müssen wir jetzt schaffen Ah, gut, ja, hier, ihr seht, ich hab mich etwas verpesselt Ach, Mann, ich bin aber nicht gekommen Okay, hier ist eine kleine Flusslandschaft Waaaaaah Nein Nein, der Ombar doch Ach, Scheiße Na, gut, dass wir nicht von ganz vorne anfangen müssen Ich weiß nicht, dass wir nicht so gut sind Help me Help me Help me Help me So... So... Gott, komm Springen wir jetzt mal Gott, komm, spring doch einfach mal Wie soll ich denn das da hinkriegen? Scheiß Goldtapel Was krieg ich irgendwie locker denn? Oh, das hier Waaaah Oh, ich hab mich natürlich gleich nach unten fallen lassen Dadurch geht das nicht weiter Ich hab mich nicht mehr in den Engel Kannst服 nicht meinen Gängel Und ich hab mir wirklich mal in den Engel Ich hab mich noch mal in den Engel Wir sind so geil gefällt Aber ich hab mir gefällt Dafür aber einfach irgendwie... Ne, gib mir doch mal die Hand richtig ist das zum kratzen hier ich mache jetzt jeder schlag und dann noch mal ganz schnell und wir haben einen zauber hat aaaaaaah und ach tue ich das Auge und die mag gleich hochfliegen hier Junge, jetzt leg dich schon nicht mit mir einmal ich mach ein kräftiger Schlag und geht's hier drum aaaaaaah so tanze ich auch wirklich in echt, ne? oh wow wow noch eins schade, 300 haben wir nicht geschafft, oder? wow 300 haben wir geschafft aber dann fokuss ich da nur nicht mehr aaaaaah gut da war das erste schon mal geschafft zur lichtung der träume beitreten wer den aal hat hat die qual naja jetzt sind wir am feuer gelandet oh geil ha das gefällt mir, ist so geil aaaaaaah nein das gefällt mir das gefällt mir, wenn ich der bessere bin wäre komm 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 Aaaah du. das Oh, jetzt sind wir da hinten. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was ist hier denn hier? Das ist richtig geil, das ist richtig anstrengend. so welche tollpatschigen leute wie mich das ist ja cool sind wir ins freie geflogen ich kann es ja nach unten schießen hat es denn ein kondom dran oder ist ich muss das Ding jetzt übersehen die sieht auch so wie eine Art Bandform komm 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 sehr sehr geil komm 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 jetzt 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 dann ja 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 ich hätte schon die Blasen noch kaputt machen müssen und nö hehehe danke geile Fliege nochmal schnell anvisieren und kein ding, kein ding, kein ding nochmal schnell ein Foto machen Scheiße, das ist 198 warum war ich nicht 300? Ach, ist das miserabel Eigentlich würde ich das gerne nochmal durchmachen Aber ich will jetzt daraus keine 50 Stunden Parts machen Und somit geht es dann auch gleich weiter Oh, diesmal geht es in Muräne aus der Tiefe Tja und das seht ihr dann auch beim nächsten Mal Stab 5 9 es